Hattest du Risse an der Umstände? Ja, seit 2012 17 Übergriffe. Wie viele Schafe hast du dabei verloren? Nur direkt durch die Risse? Direkt durch die Risse um ca. 50. Also es gibt den indirekten Schaden, was man Tiere verliert und man nie wiederfindet, die irgendwo verschollen bleiben. Schafe werden nicht wieder tragend, verlammend. Lämmer werden geboren, die nicht lebensfähig sind. Haben wir alles schon erleiden müssen. Also die werden geboren, schreiben wie kleine Kinder, nehmen keine Milch auf. Ist irgendwo kein Lebenseffekt drin. Und das ist im Prinzip der viel wesentlich größere Schaden, als der Direktschaden nach einem Übergriff. Das ist schwer, verdammt schwer zu verarbeiten. Der Nebeneffekt, das kann auch noch Wochen dauern, bevor man das wirklich alles wieder so auf der Reihe hat, wie es annähernd sein soll. Wie fühlt man sich als Tierhalter beim Anblick von gewissenen Schafen? Erstmal hilflos. Komplett hilflos in der ersten Sekunde. Dann versucht man das zu realisieren, was da passiert ist. Man versucht das aufzuräumen. Man geht an die Tiere ran. Dann trifft man natürlich auf Tiere, die schwer verletzt sind, noch leben. Und dann geht es emotional im Prinzip, also mit mir persönlich durch. Dann ist das ein Gefühl zwischen Hilflosigkeit und Hass. Was dann in einem entsteht. Weil man nicht weiß, wo soll man anfangen. Welches Tier rettet man zuerst oder versucht zu retten. Also emotional ist das im Prinzip nicht zu verarbeiten. Keine Chance. Das kriegt niemand wieder aus seinem Kopf. Das bleibt da ewig drin und ich glaube nicht, dass es ein Mensch gibt, der das emotional so verarbeiten kann. Geht nicht. Schafft kein Mensch. Niemand. So kalt ist niemand. Kann niemand sein zumindest. Zumindest kein Tierhalter. Die Zukunft der Weidetierhaltung ist mit dem Wolf tatsächlich massiv gefährdet. Diese sogenannten Herdenschutzzäune. Wir können die Welt damit nicht zupflastern. Das ist einfach so. Das ist technisch nicht möglich. Das ist für die gesamte Umwelt auch nicht möglich. Weil auf unseren Weiden, wo wir sind, da leben andere Tiere ja mit. Kleinstlebewesen. Sei es der Kleinstie Käfer, der lebt davon, dass wir die Tiere auf der Weide haben. Nehmen wir sie runter, stellen sie in den Stall, lebt auch dieser Käfer nicht mehr. Die Rehe, wir durchschneiden ja komplette Diversitäten in der Landschaft. Und für mich persönlich ist die Zukunft eigentlich nicht mehr gegeben. Da ich am 31.12. eben meinen Betrieb wegen diesen Sachen einstelle, weil ich das Ganze nicht mehr mittragen kann. Geht nicht mehr. Ist nicht mehr tragbar für mich. Also in meinen Augen muss erstmal regulär festgestellt werden, wie viele Wölfe haben wir. Wo haben wir die Wölfe? Machen sie irgendwo Probleme? Und wie passt das Spiel zusammen? Und dann muss man sich mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen und einfach mal sagen, wir brauchen ein aktives Wolfsmanagement. Das heißt, es müssen auch mal Wölfe entnommen werden. Es muss gesagt werden, so wie bei uns an der Küste, im Küstenschutz, wo ich ja nun mal tätig bin, ist ein Wolf überhaupt nicht zu tolerieren. Da muss gesagt werden, gut läuft mal einer irgendwo durch, akzeptieren wir das. Macht er einen Schaden, muss er bezahlt werden. Aber wir dürfen nicht dauerhaft irgendwo überall Wölfe haben. Das wird nicht funktionieren. In der Magdeburger Börde oder in Ackerbau-Kreisen mag das ja möglich sein, dass wir da Wölfe tolerieren können. Aber wie bei uns in einer Weidetierregion und rund umzulaufen Weidetiere, da ist das nicht möglich. Da muss mal definitiv gemanagt werden. Mit Sinn und Verstand. In alle Richtungen gedacht. Auch mal in Richtung des Wolfes gedacht. Wir können ihn ja zulassen. In gewissen Kreisen, in gewissen Gegenden. Aber nicht in diesen Stückzahlen und auch nicht so unausgebreitet oder ungedämpft, wie er jetzt läuft. Auf keinen Fall. Was für ein Verhältnis hast du zu deinen Tieren? Ja, das ist alles. Wir haben nur die Schafe. Das ist für uns im Prinzip alles, was wir besitzen. Das ist unsere Existenz. Da hängt alles dran. Wenn es denen nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Also alles, was wir besitzen, sind die Schafe.